Neue Deko mit neuen Farben, ein Storyboard mit einer Ankündigung, um die es heute im Video geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Göstinghoff, Dr. Heidi Göstinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Mit dieser Videoreihe möchte ich dir helfen, schneller schwanger zu werden. Und dafür haben wir uns heute ziemlich ins Zeug gelegt. Wir haben heute Abend eine Teamsitzung gehabt. Wir haben zwei neue Damen im Team, die mir helfen, meinen Insta-Account ein bisschen harmonischer und netter zu gestalten. Der Insta-Account wird zum 1. Juli richtig, richtig schön mit neuen Farben und wunderschönen Bildern und den altgewohnten hochwertigen Beiträgen. Das andere, worüber ich dir heute berichten möchte, ist mein 8-Wochen-Coaching. Das fängt nämlich am 5.7. 2021 zum dritten Mal an. Das stimmt mich jetzt ein bisschen traurig. Nicht, weil ich keine Lust habe, dich in meinem 8-Wochen-Coaching zu begrüßen. Aber wenn das eine Coaching anfängt, dann hört das andere Coaching auf. Und dann muss ich mich von meinen Damen aus dem zweiten Coaching verabschieden. Das war eine ganz, ganz tolle Truppe und wir haben eine ganz tolle Zeit miteinander verlebt. Gut, wir machen dann immer mal noch so ein Nachtreffen, aber so die intensive Zusammenarbeit ist dann mit dem nächsten Donnerstag vorbei und ich bereite mich auf dich vor. Warum ein Coaching? Warum ein 8-Wochen-Coaching? Es macht schon Sinn, sich vor dem Kinderwunsch oder beim Kinderwunsch auf dein Wunschkind vorzubereiten. Gerade wenn du vielleicht ein bisschen älter bist oder wenn du in eine Kinderwunschklinik gehst, wenn du es vielleicht auch selber zahlen musst, wenn du vielleicht noch die letzten Krühe-Embryonen hast, die du zurückbekommen möchtest, da macht es Sinn, deinen Körper und dich optimal vorzubereiten. Zum einen profitierst du und deine Gesundheit, zum anderen profitieren aber auch dein Kind davon, denn wenn du gesund bist und gut vorbereitet bist, dann hat dein Kind ein gesundes Bett, in dem es wachsen kann. Und dazu schauen wir uns wirklich alle möglichen Bereiche an. Das fängt an bei Küchendetox, geht weiter über deinen körperlichen Detox, Nestreinigung, Sport, Schlaf, Mindset, Entspannung. Alles, was mir so eingefallen ist, habe ich damit in den Kurs reingenommen. Ernährung, natürlich auch Ernährung, ist ein ganz, ganz weites Thema. Da stelle ich dir auch ganz, ganz verschiedene Methoden vor, wie du dich gesund und ausgewogen ernähren kannst, ohne dass du irgendwelche Rechenschieber benutzen musst, um die Kalorienzahl und die Anzahl der Mineralstoffe auszuzählen. Also von daher, schau dir das einfach mal an. Wir verlinken dir unten die Landingpage, da ist der Aufbau nochmal ganz genau beschrieben. Und da kannst du sehen, was dich erwartet. Ich habe das Ganze mal ausprobiert, damals in der Praxis. Was heißt damals in der Praxis? Ich bin noch in der Praxis. Aber ich habe das vor, ich glaube, anderthalb Jahren mal ausprobiert. Und da haben wir dann mit acht Frauen auch so ein Video-Coaching gemacht. Das war super. Von den acht Frauen sind mittlerweile auch alle schwanger. Die ersten sogar schon das zweite Mal. Das hat also sehr gut funktioniert. Was die nicht hatten, was du hast, das ist ein Acht-Wochen-Coaching, in dem du wöchentlich einen Live-Call hast. Das heißt, wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo du zum einen deine Fragen reinstellen kannst, wo dann eben auch mal Tipps und Tricks nochmal weitergegeben werden. Das kann mal ein Rezept sein, das kann mal ein Medikament sein, das kann mal noch ein zusätzlicher Blogartikel sein oder es kann auch mal eine Ausarbeitung zum Beispiel zum Thema Männergesundheit sein, was halt gerade so ansteht. Darmgesundheit oder Nahrungsergänzungsmittel, was halt gerade in der Gruppe ansteht. Aber der Clou ist das Coaching jeden Donnerstag, wobei wir das in der neuen Gruppe auch, je nachdem, wie die Gruppenmitglieder das haben möchten, neu festlegen können. Und dieses Coaching findet live statt, via Zoom oder via WhatsApp, je nachdem, was gewünscht wird. Und deshalb wird die Gruppe auch nicht besonders groß werden. Bei zehn Leuten ist Schluss, kleiner ist mir eigentlich lieber, so dass, wenn also wirklich zu viele Leute da sind, ich die Gruppe auch teilen würde. Damit hast du einen ganz, ganz exklusiven Zugang zu mir und zu meinem Wissen. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir schon weißt. Du weißt bestimmt, dass ich Frauenärztin und Kinderwunschexpertin bin. Das heißt, ich bin ausgebildete Reproduktionsmedizinerin. Ich könnte in so einer Kinderwunschklinik arbeiten. Zum anderen bin ich eben auch in Naturheilkunde weitergebildet, Akupunktur, Neuraltherapie, Ernährungsmedizin habe ich eine Ausbildung. Ich bin Hormon- und Stoffwechseltherapeutin und habe auch eine psychotherapeutische Ausbildung. Das hilft beim Kinderwunsch ganz besonders gut, weil da kann man auch noch mal so ein bisschen die Einstellung gerade rücken, vielleicht auch noch mal den ein oder anderen Glaubenssatz lösen und einfach auch nur unterstützen und den Rücken stärken. Und das mache ich nicht erst seit gestern, sondern das ist so das Ergebnis einer über 25-jährigen Berufslaufbahn. Du siehst eine ganze Menge Erfahrung, eine ganze Menge Neugierde, eine ganze Menge zusätzliche Ausbildungen und das schon über einen ganz langen Zeitraum. Die Kinderwunschtherapie hat mich eigentlich bereits seit meinen Studientagen interessiert. Und alles, was ich dann gemacht habe, habe ich so ein bisschen mit dem Fokus auf die Kinderwunschtherapie gemacht. Was kann ich bei der Akupunktur besonders noch rausholen für die Kinderwunschpatientinnen? Gibt es bei der Ernährungstherapie noch Dinge, die für die Kinderwunschpatientinnen gut sind? Und so hast du ein großes Füllhorn von Wissen, mit dem ich dir bei dem Acht-Wochen-Coaching zur Verfügung stehe. Wir können die Themen auch ein bisschen frei wählen, wir können auch mal den ein oder anderen Zusatzabend machen. Ich habe Gastreferenten dabei. Also das lohnt sich wirklich. Und vor allen Dingen, du kommst schneller zu deinem Wunschkind, weil du einfach optimal vorbereitet bist. Und glaub mir, ich habe verdammt viele Ideen, die auch in den Videos nicht alle verraten werden. Deshalb schau dir einfach unten über den Link die Landingpage an. Und ich würde mich super freuen, wenn wir uns bei dem Acht-Wochen-Coaching sehen. Und wenn du sagst, ich habe noch eine Freundin, der geht es ähnlich, vielleicht können wir das zusammen machen, dann teile das Video gerne. Du darfst auch gerne den Kanal abonnieren. Und ich freue mich auf dich im Acht-Wochen-Coaching. Alles Liebe bis dahin. Deine Heidi Deine Heidi Deine Heidi Bis zum nächsten Mal.